Liebe Freunde, ihr habt so schön mitgesungen bei Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Da habe ich mir gedacht, wer da-da-da-da-da-da-da so schön singen kann, der kann auch mal eine ganze Strophe eines Liedes singen und da habe ich mir gedacht, ihr singt jetzt für uns die Strophe eines Liedes, das ihr sicher kennt ein Lied, das sich alle Unterdrückten über Jahrhunderte hinweg vorgesungen haben, selbst, also alle Deutschsprachigen Unterdrückten in dem Fall gesagt, wir sind zwar unterdrückt aber unsere Gedanken sind frei und ich habe mir Ich habe mir über diese Freiheit der Gedanken auch meine Gedanken gemacht. Und die erste Strophe singt jetzt hier für uns. Die Gedanken sind die Gedanken.